60 Jahre Robert-Bosch-Stiftung. Wo haben wir einen Unterschied gemacht? Na, indem wir beispielsweise die Gesundheitsversorgung für die Region Stuttgart neu denken. Oder mit unserem Engagement für mehr Bildungsgerechtigkeit. Oder bei der Professionalisierung der Altersmedizin. Mit unserer Förderung gesellschaftlichen Engagements und der internationalen Zusammenarbeit. Mit unserem Einsatz für ein friedliches Zusammenleben. Oder mit unserem globalen Fellow-Netzwerk. Rund um das Robert-Bosch-Krankenhaus ist der Bosch Health Campus entstanden. Dieser Ort vereint Gesundheit mit Primärversorgung, exzellenter stationärer Behandlung, Spitzenforschung, pflegerischer Aus- und Weiterbildung und einem Zentrum für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens. Wir haben eine Bewegung guter Schulen geschaffen. Mit dem Deutschen Schulpreis gelingt es uns, guten Unterricht in guten Schulen auszuzeichnen. Und das dann für alle anderen Schulen in Deutschland sichtbar zu machen. Das heißt, die Konzepte wirklich auch in die Breite zu tragen. Mit unserem Programm Neulandgewinner haben wir in Ostdeutschland bürgerschaftliches Engagement unterstützt. Gleich nach dem Fall der Mauer haben wir dort erste Keimzellen für eine neue Zivilgesellschaft gefördert. Und mit dem Theodor-Heuss-Kolleg haben wir in vielen Ländern Mittelost- und Südosteuropas ebenfalls zivilgesellschaftliche Initiativen gestärkt. Seit über 20 Jahren setzen wir uns für Geflüchtete und Menschen mit Migrationsgeschichte ein. So unterstützen wir beispielsweise migrantische Organisationen und leisten mit dem Islamberater einen Beitrag dazu, Wissen über den Islam in Deutschland zu vermitteln. Wir haben dazu beigetragen, dass die Geriatrie sich in Deutschland als eigenständiges akademisches Fach etabliert hat und heute an vielen Universitäten Fachärztinnen und Fachärzte für Altersmedizin ausgebildet werden. Über die Robert-Bosch-Academy vernetzen wir Fellows aus aller Welt mit EntscheidungsträgerInnen aus der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft hier in Deutschland. Dabei bringen unsere Fellows ihre wertvollen Perspektiven ein. Im Sinne von Robert-Bosch hinterfragen wir unsere Arbeit regelmäßig und passen unsere Strategien kontinuierlich an. Nachhaltige, gesellschaftliche Innovationen durch unsere Investitionen zu ermöglichen, ist ein Privileg. Und auch in Zukunft machen wir den Unterschied.